Die Haushaltskrise, sie spitzt sich weiter zu. Der Beschluss zum Etat für den Haushalt 2024 ist erstmal auf Eis gelegt. Die Beratungen im Bundestag wurden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Ampelkoalitionäre von SPD, FDP und den Grünen lecken ihre Wunden. Wenigstens äußerte sich nun auch der Kanzler zu dem Finanzdebakel. Olaf Scholz kündigte an, mit Sorgfalt die Auswirkungen des Karlsruher Urteils auf den aktuellen und den kommenden Haushalt zu prüfen. Bereits bei der kommenden Sitzung des Bundeskabinetts könnte Finanzminister Lindner die Notlage ausrufen und damit vorschlagen, die Schuldenbremse auszusetzen. Und damit käme der FDP-Chef trotz eigener Bedenken den Forderungen von SPD und vor allem der Grünen nach. Mehr von Matthias Heinrich. Machen, was zählt. Das Motto des anstehenden Grünen-Parteitags. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang ist sich mit ihrem Co-Vorsitzenden einig. Trotz Riesenhaushaltsloch wird bei den Sozialabgaben nichts zurückgenommen. Die beiden sind trotz mieser Lage gut gelaunt. Sie wissen doch, die Kanzlerpartei SPD hinter sich. Wenn jetzt diejenigen aus den Löchern kriechen, die schon immer ein Problem mit einem starken und handlungsfähigen Sozialstaat haben und der Meinung sind, diese Krise jetzt nutzen zu können, um die Axt an den Sozialstaat anzulegen, den rufe ich als sozialdemokratischer Vorsitzender entgegen nicht mit uns. Christian Lindner hört diesen Ruf. Lindner ist zusammen mit Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck von Karlsruhe dabei ertappt worden, wie sie versuchten, unerlaubt auf Pump zu leben. Jetzt heißt es Neudenken. Lindner ist kein Freund der stark gestiegenen Sozialabgaben. Auch er weiß, eine Notlage, wie Koalitionspartner behaupten, gibt es nicht. Stimmt, sagt die Opposition. Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern es fehlt die Ausgabendisziplin. Es gab noch nie so viele Einnahmen. Die Ampel hat mehr Geld als jede Regierung zuvor. Die Einnahmen stiegen von 500 Milliarden in 2009 auf fast 900 Milliarden in 2022. Tendenz weiter steigend Richtung eine Billion. Fragt man die Menschen auf der Straße, wo man denn streichen solle, bekommt Christian Lindner in einer Umfrage des RTL-Trendbarometers jedenfalls einen Denkanstoß. 55 Prozent sagen bei der Entwicklungshilfe, 32 Prozent bei den Sozialabgaben, 30 Prozent bei der Bundeswehr. Angesichts der eigentlich soliden Finanzlage empfiehlt die Union. Priorisierung, Priorität für Klimaschutz. Alle haben in ihren Reden Priorität für Klimaschutz. Priorität für Klimaschutz steht im Koalitionsvertrag, aber steht eben nicht im Bundeshaushalt. Da wird alles weitergemacht, was es gab. Und beim Alten auch noch ordentlich draufgepackt und das Neue versucht auszuklammern. Jetzt wurde dem der Riegel vorgeschoben. Die Frage lautet nun, die Zukunft bewältigen oder die eigene Klientel pampern? Beides geht wohl nicht. Vielen Dank.